Die steile Fenster ist seit 125 Jahren am gleichen Standort in der Stadt Bern verwurzelt. Mit rund 25 Mitarbeitern produzieren wir hochwertige Fenster aus Schweizer Hall. Als gelehrter Schreiner habe ich hier bei steile Fenster die Chance bekommen, in die Aqualisation zu wechseln. Mir gefällt vor allem die anwechslungsreiche Arbeit, zusammen mit einem Architekten, mit einem Kunden, mit einem Hauseigentümer oder mit einem Mieter in diesen Details anzuschauen. Das Holz wird in den Kanten angeliefert. Wir lassen es über eine Tessam-Anlage laufen. Die fertig bearbeiteten Kanten werden verleimt und auf das wird die Oberfläche behandelt, beschlagen und verglaset. Und somit ist unser Stagion fertig zum Liedern. Ich habe mit einer modernen Infrastruktur gearbeitet, unabhängig vom Arbeitsplatz. Wir haben immer wieder neue, spannende Projekte von Denkmalschutz, die immer wieder spannend und abwechslungsreich machen. Ich habe am besten gefällt mir das familiäre Umfeld, in dem wir in Kollegen gearbeitet haben und das jeder einander immer aushilft. Ich bin hier bei Steimle, weil ich langfristig bei Kortort arbeite, hier eine sehr interessante Stelle habe und mich weiterbilden kann. Mir ist sehr wichtig die Lösungsorientierung und die Offenheit in der Kommunikation. Wir sind ein kleines Team und dementsprechend ist die Zusammenhalt richtig untereinander. Untertitelung von Koffer